Hallo Leute, willkommen zu dem Video von Fortnite Battle Royale. Heute zeig ich euch wirklich das Ziel der Schatzkarte ist, die aus Luby Shorts kommt. Die Karte, die ist in Snowy. Moment, wo bin ich jetzt hier? Dort. Dort ist die. Das Ziel ist irgendwo hier. Und da fliege ich jetzt hin, um das Ziel zu zeigen. Ich wüsste es nicht. Warte, schon wüsste es ja nicht. Da kann ich hier vorne auch eine Aufnahme gehabt. Und die sind geteilt in die Hose. War nicht gekillt für Mode. Die Hose. Und wann ist die Berge? Die zwischen. Ohne Küste. Ging's. Hier muss irgendwo das Ding sein. Tadaa. Gleich ein Screening von. Leute, hier, wo ich jetzt stehe, ist das, was wir alle wollten. Das hier. Ja. Dann können wir immer die Hunde verlassen. Oder wir wollen jetzt alles spielen. Ich verlasse die Hunde jetzt. Und sag ich schon mal Schau, Leute. Ich hab' mir verlass' die Community, die eigentlich noch haben. Ja. Ich bin raus. Ich kann lieber das Gameplay, bis ich sterbe. Jochen. Ah nein, nein, never. Grazie mal. Ich hab' mir vor. Us hå' mir vor. Ich sag' euchanche town, scenenigier mummy für mich. Die Hunde fl'tendet. Ohana Fertiggeraue? Ja, Jana appeal! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das war's. 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 Das war's.